Ich zeige dir heute eine Funktion in Logic, die den meisten unbekannt sein dürfte, die aber ein echter Geheimtipp ist, wenn du schnell und kreativ mit MIDI-Events arbeiten möchtest. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Die Funktion, auf die ich mich beziehe, heißt Time-Aktiv-Punkte, auch besser bekannt als Time-Handles. Mit ihnen kannst du sehr schnell MIDI-Events bearbeiten und manipulieren, was dir insbesondere beim Beats-Programmieren und beim Melodien-Schreiben weiterhelfen kann. Ich zeige dir dafür jetzt vier Anwendungsmöglichkeiten, die du so wahrscheinlich noch nicht gekannt hast. Legen wir los mit Tipp Nummer 1. Und in dem zeige ich dir, wie du sehr kreativ mit Beats arbeiten kannst. Hören wir erstmal rein in das Beispiel hier. Was wir jetzt machen möchten als Effekt ist, einen Part rumzudrehen von diesem Beat. Und das geht jetzt über die Time-Handles ganz einfach. Die Time-Handles findest du hier oben unter Funktionen. Es heißt auch Time-Aktiv-Punkte heißt es jetzt. Früh ist es Time-Handles. Und ich möchte jetzt Takt 3 und 4 rückwärts abspielen lassen, bevor dieser Beckenschlag hier in Takt 5 wiederkommt, als Überleitung oder als Break. Es ist immer ganz gut, wenn du was rückwärts abspielen lässt, wenn du hier keine Gaps hast am Ende, damit du weißt, wo du bist oder wo der Anfang dann wieder ist. Und jetzt mache ich einfach über Funktionen Time-Aktiv-Punkte. Schalte ich aktiv. Zoom nochmal ein bisschen weiter rein. Und jetzt kannst du hier einfach diese zwei Takte hier markieren. Und dann siehst du schon, dass ich jetzt hier das markiert habe und dass hier diese zwei Time-Handles hier erscheinen. Ja, wenn ich jetzt hier diese Midi-Events rhythmisch manipulieren will, gehe ich hier einfach oben hin und fasse an. Und dann ziehst du schon unser Logic-typisches Flex-Symbol. Ich ziehe jetzt diese Hälfte hier rüber, die andere Hälfte auf diese Seite hier. Und ziehen wir die dann wieder nach hinten raus. Jetzt musst du natürlich immer so ein bisschen gucken, wo könnte es passen. Und jetzt schauen wir mal, wir müssen hier auf die drei, möchte ich nur nach vorne gehen. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt klingt, wenn wir hier noch nichts gemacht haben. Jetzt haben wir einfach nur die Region hier rum oder die Midi-Events hier rumgedreht. Das klingt jetzt noch nicht so richtig gut. Um das besser klingen zu lassen oder um das saubere klingen zu lassen, machen wir jetzt einfach folgendes. Wir quantisieren einfach diese zwei Takte, die rückwärts abgespielten Takte auf 16. Noten und sollten dann schon ein gutes Ergebnis haben. Okay, und so hast du dir im Handumdrehen einen spannenden Rückwärtspart, einen spannenden Breaker gebaut. Ich finde es schon sehr beeindruckend, wie einfach und wie schnell du mit den Time-Handles Midi-Events zeitlich manipulieren kannst, mit Flex-Time arbeiten kannst oder auch so einen Song-Part einfach rumdrehen kannst. Machen wir jetzt weiter mit Tipp Nummer zwei und hier zeige ich dir, wie du super schnell Half-Time- und Double-Time-Parts generieren kannst. Hören wir auch für dieses Beispiel zunächst mal in den Beat wieder rein. Okay, als Ziel habe ich jetzt zuerstes mal einen Half-Time-Groove zu machen und dazu nehme ich hier die letzten zwei Takte. Was ich jetzt hier machen möchte, ist einfach den vorletzten Takt hier zu löschen. Und ich möchte jetzt diesen Takt hier, Takt 8, praktisch Half-Time abspielen lassen. Dazu gehe ich auch wieder mit den Time-Handles hier rein und markiere mir das. Was du auch beachten solltest hier, ist, dass ich auf Raster-Wert bin. So rastet ja immer schön hier auf einen Beat oder auf einen Takt, in meinem Fall. Hier oben fasse ich wieder an, du hast wieder das Flex-Time-Symbol oder das Time-Handle-Symbol. Jetzt ziehen wir das einfach raus und schwupps, schon haben wir unseren Half-Time-Teil hier gebastelt und der klingt dann so. Natürlich kannst du auch genau das Gegenteil machen. Du kannst Double-Time-Parts erzeugen. Das heißt, wir lassen was doppelt so schnell abspielen, einfach um einen Break zu erzeugen oder wie auch immer. Ich mache es jetzt auch wieder so. Ich lösche die zweite Hälfte hier. Wir gehen wieder in die erste Hälfte rein, die ab Takt 4 hier beginnt. Und stauchen sie jetzt zusammen, in unserem Fall einfach auf die Hälfte. Und das, was ich jetzt machen muss, ist, über Command-R die Sache hier viermal zu kopieren, dass mein Takt gefüllt ist. Und dann kann ich es auch schon abspielen lassen. Natürlich kannst du jetzt so ein Half-Time- oder Double-Time-Part auch selber einzeichnen oder programmieren, aber über diese Time-Handles geht es natürlich viel, viel schneller. Apropos schneller. Falls du noch nicht so lange mit Logic arbeitest oder mit deinem Workflow noch nicht so zufrieden bist, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir zehn heiße Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst und wie du wesentlich schneller in Logic arbeiten kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Unbedingt runterladen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Jetzt geht es aber weiter mit Tipp Nummer drei und hier geht es um Triolen. Auch die lassen sich super einfach und super schnell mit den Time-Handles einzeichnen. Ich habe mir hier jetzt zunächst mal einen ganz einfachen Beat eingezeichnet. Nichts Besonderes. Und was wir jetzt machen, ist, wir zeichnen uns die Hi-Hat ein. Wir fangen hier mit 16 an. Das ist hier unsere erste Hi-Hat. Und zwar kannst du das ganz einfach machen, indem du hier oben das Pinselwerkzeug auswählst und dann hier die Hi-Hat einfach einzeichnest. Jetzt haben wir lauter 16. Hi-Hats zunächst mal. Sehr basic. Und jetzt kommt der coole Trick mit den Time-Handles, wie du hier raus Triolen machen kannst. Nehmen wir mal an, ich möchte hier in der zweiten Hälfte von Takt 1 Triolen einzeichnen. Du könntest jetzt natürlich hier umstellen auf Triolen und könntest das reinmalen. Das würde aber viel, viel länger dauern als diese Methode jetzt. Das heißt, ich lösche einfach jetzt die vierte Note oder die vierte Sechzehntel, wähle meine Time-Aktiv-Punkte aus. Ja, und ziehe die jetzt einfach hier weiter, stretche sie und stelle ich meine Triole drin. Auch hier können wir wieder das Gegenteil natürlich machen. Wenn wir jetzt hier Sechzehntel-Triolen möchten und keine Achtel, lösche ich auch hier wieder die letzte raus, gebe die Time-Aktiv-Punkte rein und ziehe jetzt einfach in die andere Richtung. Jetzt habe ich hier Sechzehntel-Triolen, die kann ich über Command-R wieder rüber kopieren und dann hört sich die Sache so an. Das Spiel kann es jetzt natürlich auch noch weiter treiben, indem wir hier nochmal verdoppeln und es geht wirklich, wie du siehst, wahnsinnig schnell. Das ist eine super coole Methode. Auch so kann ich das machen. Zack, zack, zack. Habe ich jetzt zwei Dreißigstel-Triolen. Also auch hier super schnelles Arbeiten mit den Time-Handles. Im nächsten Tipp zeige ich dir noch eine ziemlich ungewöhnliche Methode mit den Time-Handles und zwar in Verbindung mit dem Brush-Tool. Diesmal geht es um Melodien. Für dieses Beispiel müssen wir uns zunächst mal eine MIDI-Region einzeichnen. Das mache ich einfach über Control-Klick direkt in die Region oder in die Spur rein und dann über MIDI-Region erzeugen. Ja, die ziehe ich mir jetzt mal hier auf vier Takte. Ich kann über Doppelklick jetzt das Piano-Tool auswählen, die Piano-Rolle. Und jetzt kannst du hier auch wieder mit dem Brush-Tool relativ schnell Melodien einzeichnen. Und ich wähle jetzt hier einfach mal meine Tonart aus, die ich haben möchte. Zum Beispiel C-Lydisch. Und jetzt wähle ich hier wieder mein Brush-Werkzeug aus, oder mein Pinsel-Werkzeug zu Deutsch. Und jetzt kannst du hier einfach Melodien einzeichnen. Die Melodie wird dann so gezeichnet mit der Zeitquantisierung, die du hier eingegeben hast. Also in diesem Fall Sechzehntel-Noten. Ich zeichne hier also einfach ein. Das ist jetzt meine Melodie und die hört sich dann, ich sie abspiele, so an. Das ist schon mal ganz spannend. Und was du jetzt machen kannst, ist über die Time-Handles relativ schnell eine Zweitstimme dazu einzuzeichnen. Wir wählen also uns auch hier wieder unsere Aktivpunkte aus, oder unsere Time-Handles. Ich mag hier wieder die komplette Melodie hier. Und mit dem ausgewählten Brush-Werkzeug kannst du jetzt Ctrl-Klick machen und kannst jetzt auf Pinselmuster definieren gehen. Das bedeutet, wenn du jetzt mit dem Brush-Tool nochmal eine Melodie zeichnest oder hier drüber fährst, wird er dir genau die gleiche Melodie nochmal einzeichnen. Ich kann dir also jetzt hier zum Beispiel eine Oktave höher einzeichnen. Und jetzt solltest du eine Oktave höher auch abspielen. Natürlich kannst du jetzt auch alle Techniken, die wir auf Beats angewendet haben, auf Melodien anwenden. Wenn ich also jetzt hier wieder Time-Aktivpunkte auswähle, kann ich auch hier wieder Melodien stretchen. Ich kann sie stauchen oder ich kann sie zum Beispiel rückwärts abspielen lassen, indem ich einfach hier anfasse und sie dann rumdrehe. Sehr interessant, oder? Jetzt interessiert mich natürlich brennend deine Meinung. Habe ich zu viel versprochen oder waren diese Time-Handles, diese Aktivpunkte jetzt absolutes Neuland für dich und du hast noch nie damit gearbeitet, geschweige denn davon gehört oder hast du die schon gekannt? Und wenn nein, wenn es dich fasziniert hat, wenn es dich interessiert, welche Methode wirst du als erstes in deinen Projekten ausprobieren? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten, wenn du dich für weitere YouTube-Tutorials interessierst, dann empfehle ich dir hier mal eine Playlist. Das ist eine Playlist mit weit über 100 Logic-Tutorials. Da ist bestimmt was für dich dabei, falls du Fragen zu Logic hast, falls du noch was noch nicht genau weißt. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!